Und somit gab es dann innerhalb von einer Woche das zweite große europäische Finale bestückt mit zwei englischen Fußballclubs. Der FC Liverpool gegen die Tottenham Hotspur und die Reds von Jürgen Klopp aufgestellt, waren hier favorisiert, bekamen dann auch die erste Möglichkeit nach vier Spielminuten diese Standardsituation über Mohamed Salah. Heute im Aufgebot von Anfang an dabei und dann auch direkt diese Szene, Virgil van Dijk auf dem ersten Pfosten, trifft er den Ball dann perfekt, setzt ihn an die Latte von der Unterkante. Dieser springt da dann vor die Torlinie, aber die Spurs erstmal nervös und nicht richtig im Spiel, auch defensiv nicht so kompakt wie man das gewohnt ist. Mohamed Salah legt nochmal raus zu Wijnaldum, zurück zu Mohamed Salah und was für ein Tor. 17. Spielminute, der rechte Fuß von Mohamed Salah, nicht der allerbeste, möchte man meinen, aber dann schaut man sich dieses Tor an und sieht sich vollkommen eines Besseren belehrt. Und was für ein Treffer, oben links rein für Hugo Lloris, dem französischen Nationalkeeper, überhaupt nicht zu halten. Und der erste Durchgang komplett in der Hand der Reds. Henderson über die rechte Seite mit der Flanke und Mohamed Salah hat hier schon das 2 zu 0 auf dem Kopf. Die Spurs weiterhin wirklich desillusioniert teilweise konnten mit dem Druck bis dato überhaupt nicht umgehen. Und so ging es dann auch vollkommen verdient mit diesem 0 zu 1 aus Börssicht in die Halbzeit. 45 Minuten Zeit, das noch zu korrigieren, aber der FC Liverpool lieferte auch wirklich eine überragende Leistung und führte vollkommen verdient mit 1 zu 0. Jetzt aber der Ballverlust im Spiel nach vorne. Eriksen über die rechte Seite, Lamilla heute im Start aufgebohrt. Kane nur auf der Bank, war ja lange angeschlagen. Jetzt die Flanke, aber Alisson Becker, der aufpasst und das Ding aus der Gefahrenzone entfernt kann. Hoengminson stört noch etwas, kann aber nicht mehr richtig eingreifen. Die Konteraktion im Gegenzug über Mohamed Salah. Der Ägypter wirklich sehr auffällig und wer sich an das Finale letztes Jahr erinnert, der weiß, wie viel auch ihm persönlich das hier bedeutet. Wijnaldum zu Origi, Henderson zu Fabinho und was für ein Strich in der 62. Spielminute. Super Abschluss und er küsst dann den Außenpfosten. Der fliegt und fliegt, wird länger und länger für Hugo Lloris unerreichbar und dann prallt er nur an den Außenpfosten. Doch der FC Liverpool davon jetzt wieder bestärkt in die Offensive agierend. Mane über die linke Seite, da kommt auch die Flanke. Origi an die Latte, aber Henderson setzt nach und macht dann auch das 2 zu 0. 69. Minute. Jürgen Klopp und seine Elf kurz davor, nach 2005, wieder mal die Champions League zu gewinnen. Hochverdiente 2 zu 0 Führung, aber Tottenham hat Comebacker-Qualitäten auch gegen Ajax Amsterdam bewiesen. Und jetzt mussten sie aber kommen, nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Das ist Heung-Min Son mit etwas Glück, der Ball zu Lucas Moura, dem Helden des Halbfinals. Aber da bekommt er zu wenig Druck drauf und Alisson Becker ist eben auch ein guter Keeper, der hier gar keine Probleme hat, den zu halten. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Genialer Ball von Lucas Moura. Heung-Min Son, aber wieder die Parade des Brasilianers. Und das wäre es natürlich gewesen. Jetzt nochmal der Anschlusstreffer für eine starke Schlussphase. Aber er sollte einfach nicht reingehen. Und in der Schlussminute dann nochmal Tottenham in der Defensive gefordert, aber auch überfordert. Und das 0 zu 3. Mo Salah setzt dem Spiel den Deckel auf. Nochmal ein sensationeller Treffer und der Ägypter mit dem Doppelpack im Finale. Was das bedeutete, war dann auch Jürgen Klopp klar. Nach zwei Pleiten im Champions-League-Finale gewinnt er endlich die größte europäische Trophäe. Tottenham muss sich absolut verdient geschlagen geben. Der Titel geht nach Liverpool und das absolut verdient. 2019 immerhin ein Titel für Jürgen Klopp und vielleicht für ihn persönlich der wichtigste.